Freunde, heute schauen wir, wer das krasseste Riesenlabyrinth bauen kann in Minecraft! Äh, Simlucky, alles gut bei dir? Ich liebe Labyrinthe, Ugri! Ich weiß, und ich auch, Simlucky! Also, auf welcher Seite willst du bauen? Wir haben beide nur 10 Minuten Zeit! Was ist das für eine Frage, Ugri? Natürlich auf der besseren Seite, nämlich auf der roten Seite! Oh Mann, das stimmt doch überhaupt nicht! Blau ist die viel bessere Farbe, deswegen werde ich auch auf meiner Lieblingsfarbe Blau bauen! Let's go! Und ich werde dich sowas von besiegen, Simlucky! Das hoffst auch nur du! Naja, jetzt geht es los und wir haben nur 10 Minuten Zeit, Ugri! So Freunde, dann lasst uns mal starten, damit wir ein viel besseres Labyrinth bauen als Simlucky! Und dafür benutzen wir erstmal den Command slash slash wand! Jetzt haben wir diese kleine OP-Achse und mit der markieren wir uns einmal diese Stelle hier! Und eine Stelle dort ganz, ganz hinten! Und perfekt! Hier haben wir die zweite Stelle markiert! Und natürlich bauen wir unser Labyrinth aus Diamantenblöcken! Wow! Schaut euch mal an, wie riesig mein Labyrinth wird! Leute, wenn ihr Labyrinths auch so feiert wie ich, dann lasst mal jetzt ein Like da! Aber wenn die Labyrinths richtig groß sind, dann werden die auch richtig gruselig nach der Zeit! Wir markieren diese Stelle und geben ein slash slash walls, Diamantenblöcke und schon haben wir unsere erste Mauer! Okay Freunde, die Grundstruktur ist aufgebaut und jetzt können wir richtig anfangen mit dem Labyrinth! Und als erstes habe ich mir überlegt, machen wir einen Fake-Eingang! Dafür nehmen wir uns ein Gemälde und der Fake-Eingang wird genau hier sein! Für diesen falschen Eingang müssen wir ganz viele Schilder platzieren! Freunde, vertraut mir! Simlucky wird niemals darauf kommen, dass das ein Fake-Eingang ist, weil wir werden uns sogar für den Fake-Eingang Mühe geben! Jetzt, wo die ganzen Schilder hier sind, können wir ein Gemälde drauf platzieren! Aber es muss ja auch das Richtige sein! Wie wäre es damit? Perfekt! Und jetzt haben wir einen geheimen Eingang! Schaut euch das mal an! Aber wie gesagt, Freunde, das wird ein Fake-Eingang sein! Und Simlucky wird denken, dass es hier vorne für ihn weitergeht! Aber nein, Freunde, wird es nicht! Sobald Simlucky hier lang geht, wird auf ihn hier was Schreckliches unten warten! Und Freunde, für diese Falle an Simlucky müssen wir hier erstmal runtergraben! Er wird sowas von ausrasten, wenn er in diese Falle tritt! So, Freunde, schon haben wir ein riesen Loch hier drin! Als nächstes brauchen wir auf jeden Fall Kolben! Wir platzieren mal hier vorne die Kolben und einmal hier! So, Freunde, wir müssen das Ganze hier ein wenig freiräumen! Und jetzt können wir hier vorne unsere zwei Druckplatten platzieren, womit wir die Falle auslösen werden! Hier vorne die Redstone-Torch und das alles verbinden mit Redstone! Und jetzt verbinden wir noch die andere Seite! Let's go! Und Simlucky wird hier reinrennen! Er wird wahrscheinlich nicht direkt auf den Boden schauen! Und hier vorne sind ja die zwei Druckplatten! Und wenn er auf die tritt, fällt er hier einfach runter! Wow! Okay, Freunde, und jetzt haben wir ja unseren Fake-Eingang! Also brauchen wir auch einen echten Eingang! Den platzieren wir auf der ganz anderen Seite! Und dafür brauchen wir auch eine kleine Konstruktion, die ich jetzt schnell hinbauen werde! Hier vorne, Freunde, werden wir unsere echte Tür platzieren! Für den Eingang brauchen wir natürlich wieder ein paar Pisten! Und wir verbinden die Pisten natürlich wieder mit Redstone! Und, Freunde, irgendwie finde ich den Eingang ein wenig auffällig! Deshalb lasst uns den Eingang direkt ein wenig schwerer machen! Indem wir hier vorne einen Block platzieren! Hier vorne die Fackel hin! Und das Ganze verbinden! Und jetzt muss Simlucky eine Mathematik-Aufgabe lösen! Dafür brauchen wir wieder ein Schild! Und wir schreiben jetzt auf das Schild, um hereinzukommen! Und dann löse die Mathe-Aufgabe! Und ich weiß ganz genau, Simlucky hasst Mathe-Aufgaben! Damit das Ganze nicht so einfach wird, werden wir hier drei Knöpfe platzieren! Denn die Mathe-Aufgabe lautet, was sind 43 plus 169? Und dann muss er sich entscheiden für den ersten Knopf, welcher besagt, dass das Ergebnis 210 ist! Der mittlere Knopf besagt, dass das Ergebnis 212 ist! Und der letzte Knopf besagt, dass das Ergebnis 1 ist! Und das Gute ist, ich kann Mathe, deswegen weiß ich, was das Ergebnis ist! Und das Ergebnis ist 212! Und das Erste, was Ihnen erwartet, wird ein richtig kompliziertes Labyrinth! Und am Schluss wird die richtige Tür genau hier sein! Ich werde euch später zeigen, wie ich das Ganze anstellen werde! Wir müssen richtig, richtig viele Sackkassen einbauen! Aber wie gesagt, Freunde, der Ausgang wird ganz am Anfang sein! Und Simlucky wird sich so ärgern! Äh, hi Simlucky, bist du da? Wie weit bist du denn schon? Ich bin schon fast fertig! Ähm, warte mal, was? Ja, natürlich! Wie sieht's bei dir aus? Wow, ich bin gerade erst mal am Anfang, okay! Ich muss mich richtig beeilen! Ich wünsche dir viel Glück, Simlucky, aber eins kann ich dir sagen, ich werde sowas von gewinnen! Nein, du wirst zu 100% nicht gewinnen! Ich baue gerade das beste Labyrinth! Du kannst dich auf was gefasst machen! Werden wir dann wohl noch sehen, Simlucky! Äh, also Leute, sieht das Erste Hindernis sich einfach nur verwirrend aus? Und im Endeffekt wird der Ausgang genau hier vorne sein! Und um hier rauszukommen, muss Simlucky diesen Knopf drücken! Nur das Ding ist, wenn Simlucky hier reinkommt, wird der überhaupt nicht nach oben schauen! Also, wir müssen kurz mal wieder unsere Redstone-Künste anwenden! Und jetzt, wenn Simlucky diesen Knopf drückt, wird sich die Tür hier öffnen und hier vorne wird sich der Ausgang befinden! Und es geht durch einen Untergrundtunnel ins nächste Hindernis, Freunde! So, und wir platzieren hier vorne natürlich eine Leiter, damit Simlucky hier hochkommt! Okay, Freunde, es wird Zeit, das nächste Hindernis hinzubauen! Dafür müssen wir uns mal wieder eine Stelle markieren, am besten die hier vorne direkt! Und jetzt geben wir diesen Command ein und schon haben wir die Grundstruktur für das nächste Hindernis! Let's go! Und natürlich machen wir für den Lava-Parcours den Boden erstmal auch aus Lava! So, und schon ist der ganze Boden aus Lava, Freunde! Und wenn Simlucky jetzt am Parcours scheitert, dann fällt er in die Lava! Okay, Freunde, fangen wir an mit dem Parcours! So, erstmal mit einem einfachen Zweiersprung, der eins nach oben geht! Und von hier aus können wir uns jetzt etwas Schwieriges überlegen! So, der nächste Sprung wird hier vorne sein und der ist schon etwas schwieriger! Aber er müsste auf jeden Fall machbar sein und perfekt! Und ab hier vorne werden wir es jetzt richtig schwer machen mit dem ersten Leitersprung! Das heißt, Simlucky muss richtig weit springen und an die Leiter! Wow! Okay, wir haben es einfach geschafft! Und dann geht es hier immer weiter mit den Leitern an der Seite und let's go! Und ich würde sagen, wir nehmen uns ein wenig Glas! Also Simlucky muss richtig aufpassen, nicht, dass er hier runterfällt! Simlucky wird eine harte Zeit hier haben! Und als nächstes gibt es hier einen Sprung, der zwei Blöcke hoch ist! Ihr fragt euch bestimmt, wie macht man das denn? Genau, man muss an die Leiter hier springen und let's go! So, Freunde, und hier vorne ist der letzte Sprung! Das heißt, wenn Simlucky hier angekommen ist, ist er fertig mit dem zweiten Hindernis! Aber es erwarten ihn noch viel, viel krasse Hindernisse! Okay, Freunde, für den nächsten Raum brauchen wir TNT, eine Druckplatte und vielleicht Sand! Oder vielleicht sogar noch besser Kies! Aber um hier erstmal runterzukommen, platzieren wir mal hier vorne einen Schleimblock! Und das Lustige ist, wir holen uns ein wenig Glas und platzieren das Glas einfach hier neben dem Schleimblock! Unter dem Glas müssen wir auch Schleimblöcke platzieren! Weil, Leute, schaut euch das mal an! Das sieht super, super echt aus! Und jetzt könnte man sogar denken, dass das hier auch ein Schleimblock ist! Aber nein, Freunde, wenn er hier drauf springt, wird er erstmal ein wenig Leben verlieren! Aber das ist ja nicht das richtige Hindernis vom Level! Denn hier im dritten Level werden wir das Ganze so anstellen, dass Simlucky sich für einen Raum entscheiden muss! Der linke Raum wird aus Emerald-Blöcken sein und der rechte Raum wird aus Redstone-Blöcken sein! Und weil ich weiß, dass Simlucky Redstone liebt, wird er sich bestimmt für den Redstone-Raum entscheiden! Aber der Emerald-Raum ist besser, Freunde! Mein Lieblingsblock sind auf jeden Fall die Diamantenblöcke! Aber die Emerald-Blöcke sehen auch einfach mal so cool aus! Nämlich werden wir hier vorne eine Falle hinbauen! Und wenn Simlucky in diese Falle tappt, wird er von der Welt fallen bis ganz nach unten! So, und hier vorne platzieren wir ein Gemälde hin, damit Simlucky nicht direkt sieht, was ihn auf der anderen Seite erwartet! Am besten machen wir das Ganze noch einmal hier zu! Und auf der anderen Seite genauso! Perfekt! Und sobald er das herausgefunden hat, dass der Emerald-Raum der richtige ist, wird der ins nächste Level geführt! Und im nächsten Level würde ich sagen, muss Simlucky ganz präzise zielen können! Weil wenn nicht, dann kommt er nicht ins nächste Level! Also für diesen Raum brauchen wir erstmal eine Tour! Die Tour platzieren wir hier vorne! Und hier tun wir einen Bogen rein und 64 Pfeile! Als nächstes müssen wir hier vorne eine Mauer platzieren, damit Simlucky nicht cheaten kann! Denn das muss ein richtiges Bogen schießen werden! Weil sonst wird das ja richtig langweilig, wenn er einfach zu den Zielblöcken hinrennt! Aber na gut, so Freunde kann er auf jeden Fall nicht drüber, aber noch immer mit dem Bogen schießen! Für dieses Hindernis muss er drei Zielblöcke hintereinander treffen! Das heißt einmal den hier, den hier und den hier! Und wenn er alle drei Zielblöcke hintereinander trifft, wird sich hier vorne eine Tür öffnen! Okay, und dafür müssen wir jetzt diese ganzen Blöcke mit ganz, ganz viel Redstone verbinden! Bis dort hinten zur Tür! Okay, wir müssen uns beeilen, die Zeit ist gleich vorbei! Das wird das schwerste Labyrinth, was Simlucky jemals bestritten hat! Oh, puh, Freunde, das hat mega, mega lange gedauert! Und jetzt müsste es klappen, wir probieren das Ganze mal! Und zack, und... Perfekt, geht schnell durch! Oh, ähm, na gut, Simlucky muss es irgendwie in der Zeit ganz, ganz schnell schaffen! Äh, das wird nicht mein Problem sein! Oder wir bauen hier einfach mal eine kleine Verzögerung rein und schon müsste das Ganze einfacher für ihn sein! Okay, Freunde, und sobald man durch diese Tür gerannt ist, geht es weiter mit einem Superlabyrinth! Wir brauchen dafür erstmal Obsidian, Schleimblöcke und einen klebrigen Pisten! Also, wir platzieren hier vorne den Kolben und hier das Obsidian! Und hier unten müssen wir das Ganze mit Redstone verbinden! Und jetzt, Freunde, haben wir ein Trampolin gebaut! Also, Freunde, Simlucky muss hier drauf springen und hier oben landen! Also, das Labyrinth muss weitergehen und dafür markieren wir uns diese Stelle und diese Stelle und platzieren mal wieder Lava! Jetzt wird es spannend, Freunde! Und wir platzieren die Tür hier vorne, aber diesmal tun wir keinen Bogen in die Tür, sondern ganz viele Boote! Und hier, Freunde, muss er mit dem Boot einen Extremlabyrinth-Parcours machen! Ich bin gespannt, wie oft Simlucky hier runterfallen wird! Das wird mega, mega lustig sein! Und hier vorne macht Simlucky eine Kurve und dann geht es hier entlang! Das, Freunde, war das zweite Level, aber das werden wir hier einfach ein wenig abtrennen und unseren Eisboot-Parcours hier weiterbauen! Mal schauen, ob wir diesen Parcours meistern werden, weil ich glaube, der ist richtig schwer! Waaah! Also, Freunde, in das vorletzte Level, gleich sind wir schon beim finalen Level, werden wir einen Wasserparcours reinbauen, also für das Wasserlabyrinth, welches nochmal viel schwieriger ist als ein normales Labyrinth, müssen wir dort vorne eine Druckplatte platzieren, damit das Wasser nicht auf die andere Seite schwemmt! Und ich glaube, nach diesem Labyrinth wird Simlucky ein wenig verrückt werden! So, mal schauen, wie weit Simlucky ist! Simlucky, wie weit bist du schon? Ähm, ich bin eigentlich schon fast fertig! Es fehlen nur noch ein paar Details! Ähm, warte mal, was? Ernsthaft? Oh nein, ich bin ja überhaupt noch nicht weit! Okay, aber ich müsste eigentlich auch gleich fertig sein! So, Ugrim, beeil dich, die Zeit ist gleich vorbei! Ähm, ja gut, ich beeil mich, aber du wirst schon sehen, es hat sich gelohnt! Du wirst sowas von reinfallen auf mein ganzes Labyrinth, du hast keine Chance zu entkommen! Nein, du wirst bei mir niemals ins Ziel kommen! Hahaha! Simlucky, dein Ernst? Natürlich werde ich bei dir ins Ziel kommen, dein Labyrinth ist bestimmt richtig schlecht! Aber bei mir wirst du niemals ins Ziel kommen! Okay, Freunde, ich hab mir überlegt, genau hier wird das Ziel sein! Das heißt, wir bauen hier runter, holen uns mal ein paar Schilder und platzieren es hier vorne! Denn jetzt kann Simlucky hier runter schwimmen und zack, schon ist er unten angekommen! Und Freunde, hier unten werden wir jetzt einen Geheimgang bauen in das nächste Level! Aber einen Moment mal, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was macht das überhaupt für einen Sinn, dieses Wasserlabyrinth, wenn man einfach hier oben langrennen kann? Keine Sorge, Freunde, ich hab mir schon was Spezielles überlegt! Wir nehmen uns einfach ein wenig Glas und das Glas werden wir jetzt über dem Labyrinth platzieren! Und jetzt, Freunde, ist unser Wasserlabyrinth fertig! Schaut euch das mal an! Wow! Und Simlucky wird so lange brauchen, um endlich das Ende zu finden! Ich find das Ende ja selber nicht mal! Das letzte Level wird nochmal alles übertreffen! Und dafür, Freunde, muss es jetzt erstmal richtig hochgehen, denn hier wird das Ganze stattfinden! Wir platzieren jetzt eine Riesenmenge von TNT und da drüber platzieren wir ganz, ganz viel Sand! Und auf dem Sand, Freunde, platzieren wir jetzt eine Menge von Druckplatten! Und als letztes, Freunde, müssen wir hier unten, wow, wie viele Zombies sind hier bitte sehr gespawnt, die ganze Fläche wegschneiden! Das machen wir, indem wir Slash-Z-R eingeben und, ähm, tschüss, Monster! Simlucky muss von hier bis ganz nach hinten rennen, ohne dass er nach unten fällt! Denn wenn er eine Druckplatte auslöst, fällt er direkt nach unten! Ich bin mal gespannt, ob er das am Schluss schaffen wird! Also, Freunde, als letztes haben wir hier vorne eine Truhe platziert! Und in diese Truhe packen wir jetzt eine Elytra, aber eine Elytra mit einer Haltbarkeit! Ich würd sagen, wir platzieren hier unten einfach überall Redstone! Und er versucht dann hier hin zu fliegen, aber, Freunde, das Fliegen wird dann nicht so gut funktionieren! Okay, Freunde, mal schauen, ob Simlucky drauf reinfallen wird am Schluss! Und ich würd sagen, Freunde, ich bin ready! Simlucky, bist du auch ready? Dann lass uns jetzt anschauen, wer das krasseste Labyrinth gebaut hat! So, Simlucky, du bist ready, oder nicht? Ja, Ugri, ich bin ready! Perfekt, dann würd ich sagen, mit welchem Labyrinth fangen wir an? Mit meinem heftigen Labyrinth oder mit deinem, ähm... Ja, ich will es nicht beleidigen, aber ich glaube, dein Labyrinth ist nicht so cool wie meins! Hä, du hast doch noch gar nichts gesehen, Ugri! Komm einfach mal mit, nicht sofort urteilen! Okay, du hast recht, mal schauen, wie es von innen aussieht, ich bin gespannt, es zu spielen! Und danach wirst du mein Labyrinth spielen und die reine Hölle erfahren, ahaha! Das werden wir ja noch sehen, Ugri! Komm jetzt in mein Level rein, hier ist der Einstieg! Aber davor müssen wir noch ein paar Änderungen an dir vornehmen, Ugri! Und zack, so schon viel besser! Hey, ist das dein Ernst? Du hast mich gerade in den Survival-Modus gesetzt! Na gut, jetzt wird's richtig gefährlich für mich! Aber ich werde natürlich dein Labyrinth durchspielen und keiner kann mich davon abhalten! Also, ähm, nebenbei, ich brauche Essen, Simlaki! Ich habe überhaupt kein Essen, wie soll ich denn das hier überleben? Was ist das denn? Eine Platte? Ugri, ähm, ja, eine Platte, nichts Besonderes! Naja, ich gebe dir hier mal ein bisschen was davon! Wie seh zu, wie du davon satt wirst! Ey, dein Ernst, das gibt nur einen halben Hungerbalken? Okay, Simlaki, also, dein Labyrinth sieht richtig, richtig schlecht aus! Nein, Spaß, nimmst mir nicht so böse! Aber irgendwie ist es nicht so cool wie meins, auf jeden Fall! Schau mal, wir gehen mal hier runter, weil ich bin mir sicher, hier kann man irgendwie runter... Äh, doch nicht, hier ist eine Sackkasse! Abbauen darf ich dort nix, oder? Natürlich darfst du nix abbauen! Du bist komplett in meine Falle getappt, Ugri, du kleiner Noob! Hey, dein Ernst? Na gut, du hast recht, ich bin in deine Falle getappt! Aber jetzt werde ich den richtigen Gang wählen! Hier vorne ist doch bestimmt etwas! Und, ähm, ist hier etwas? Hier ist wirklich etwas, ein Hebel! Weiß ich nicht, ich würde den abbauen und gar nicht erst drücken! Ich dachte, ich darf nix abbauen! Ey, jetzt hast du dich selber verraten! Ich drück den einfach mal und... Es passiert absolut gar... Äh, warte doch, ich hab etwas gehört! Simlaki, was war das? Äh, gar nix, Ugri, bleib schön hier drin! Äh, nicht rauskommen! Äh, natürlich komm ich raus, lass mich hier raus, Mann! Warte mal, ist hier oben etwa was aufgegangen? Wow, okay, alles klar! Das heißt, ich kann jetzt ins nächste Level, oder wie? Und, was steht hier? Also, Ugri, darf ich vorstellen, wer ist der King? Simlaki? Yeah! Ugri, buh! Ey, ist das dein Ernst, Simlaki? Natürlich bist du der King! Du hast doch sogar eine Krone auf! Ugri, dass du es jetzt so zugibst, dachte ich nicht! Aber, naja, das wäre einfach mal den richtigen Weg! Nein, Spaß, du bist eine Prinzessin und ich bin der King! Tschüss! Ja, werden wir wohl sehen! Ah, haha, jetzt bist du da eingesperrt, Ugri, und kommst hier nie wieder raus! Nein, Spaß, du kannst dich jetzt für den richtigen Weg entscheiden! Oh, okay, aber eine Sache muss ich ändern! Das geht doch nicht einfach, dass du Ugri boh hinschreibst! Ugri, alle abonnieren! Und? Schon besser, oder nicht? Ja, Leute, lasst alle den Abonnenten leichter in 3, 2, 1 und 0! Vielen, vielen Dank, Leute! Vielleicht können wir ja zusammen die 100.000 Abonnenten erreichen! Okay, Ugri, und jetzt red nicht so viel rum und entscheide dich für den richtigen Weg! Aber für mich bist du noch immer eine Prinzessin, Simlaki! Hehehe, ich find's gar nicht witzig! Jetzt versuch mal, mein Parcours zu bestehen! Also, ein Parcours, ein Lava-Parcours-Schein hab ich auch gebaut! Let's go! Okay, du weißt doch, ich bin der Parcours-Meister! Ich hab überhaupt keine Angst vor einem Parcours! Und zack, hier drauf! So, von Boot zu Boot, let's go! Ja, das ist noch ziemlich einfach, Ugri! Ich hab's selbst getestet! Also, wenn du das jetzt nicht schaffst, bist du echt schlecht! Aber gleich wird's ein bisschen schwieriger! Vertrau mir, Ugri, und jetzt noch eine kleine Achterbahnfahrt! Eine Achterbahnfahrt schon wieder? Wow! Okay, alles klar! Wo bin ich hier angekommen, Simlaki? Was ist das für eine Truhe? Ein Wassereimer? Was soll ich denn damit? Genau, Ugri, ein Wassereimer! Schau einfach mal nach unten, denn hier gibt's keinen anderen Ausweg! Alles klar, Freunde, ich soll nach unten springen? Warte mal, ich soll ein Water-MLG machen, aber das ist doch richtig riskant! Ja, Ugri, genau, das ist auch das Ziel! Du wirst sowieso verkacken! Ey, ist das dein Ernst? Wow, ey, hör auf, mich runterzuschubsen! Ich schaff das! Freunde, vertraut mir! Ihr müsst jetzt alle ein Abo dalassen, damit ich das schaffe! In 3, 2, 1 und... Okay, Freunde, und jetzt werde ich es schaffen! Let's go! Ey, Simlaki, was sollte das? Ich wollte dich runterschubsen, hat wohl nicht geschafft! Egal, und let's go! Ich hab's geschafft, ich bin der Beste! Alles wegen dem Abo, das ihr da gelassen habt! Kuss, Leute! Freu dich nicht so früh, Ugri! Jetzt wird's erst richtig schwierig, nämlich musst du jetzt mein Squid-Game-Level bestehen! Was passiert, wenn ich auf diese Druckplatte trete? Ähm, okay, alles klar! Ugri, das war jetzt nicht so gedacht! Weißt du was? Geh einfach mal weiter! Oder ich baue dich jetzt hier ab! Hey, hör auf damit! Wow, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Ähm, warte mal, warum hab ich jetzt Ausrüstung bekommen? Alles klar, Simlaki, was willst du mir damit sagen? Ich zieh dir einfach mal lieber an, weil ich weiß nicht, was mich dort oben erwarten wird! Zwei Goldäpfel und eine Diamantenrüstung plus Diamantenschwert! Mal schauen, was dort oben mich erwarten wird! Genau, okay, jetzt wird dich das Schlimmste vom Schlimmsten erwarten! Nämlich mein Boss-Level! Ein Boss-Level? Wow, Simlaki, warum übertreibst du so sehr? Das hier ist die Arena, extra angepasst an den Boss, der gleich rauskommen wird! Naja, als erstes werde ich das einfachste Level aktivieren, nämlich diesen Dispenser, danach das mittelschwere Level und dann das finale Boss-Level! Okay, ich werde mich der Gefahr stellen! Und vertrau mir, ich werde es schaffen, ich werde dir beweisen, dass ich der Beste im PvP bin! Ja, Ugri, jetzt freust du dich noch, aber gleich wirst du weinen! Haha, also ich gehe auf die andere Seite und dann wirst du sehen, wie du zurechtkommst! Okay, aber vertrau mir, weinen werde ich auf keinen Fall! Was soll das denn, Simlaki? Ich bin doch voll gut im PvP, vertrau mir! Und jetzt drück endlich den Knopf! Und bist du ready? 1, 2, 3 und let's go! Äh, Boss, was ist das denn? Oh nein, ich habe doch gar kein Schild, die haben einen Pfeilenbogen! Beziehungsweise eine Armbrust, egal, ich werde sie besiegen, kommt her! Oh, ein Wisserskelett, nein, die dürfen mich nicht berühren, weil sonst bin ich vergiftet oder sowas! Let's go, stell hier weg! Okay, ich hole euch als erstes... Okay, perfekt, jetzt sind nur noch zwei übrig und let's go! Oh, bin ich nicht der beste Simlaki? Ich brauchte nicht mal was zu essen! Das war's noch nicht mit dem Level, es geht nämlich weiter, ich hab nur Parry-Spot und zack, zack, zack! Warte mal, was, noch mehr? Okay, der eine hat irgendwie einen Banner auf dem Kopf, egal, ich hole euch, vertraut mir! Okay, erledigt! Und jetzt kommt ihr her, ihr habt keine Chance gegen mich! Und warum machen die mir überhaupt so wenig Schaden? Egal, ich hab wahrscheinlich wegen der Diamant-Belöstung einfach OP-Loot! Okay, Ucri, das war auch das einfachste Level! Also, wenn du das jetzt verkackt hättest, dann wär das wirklich sehr, sehr schlecht! Jetzt kommt das zweite und somit auch schwierigere Level! Bist du ready? Okay, Simlaki, ich bin gespannt, was jetzt kommt! Bitte übertreib sich komplett! Keine Sorge, Ucri, ich werd was anderes spawnen, was viel Schlimmeres! Ah! Äh, warte mal, was, Simlaki? Schlimm? Oh, die haben die Hexe getötet, die du gespawnt hast! War das mit Absicht? Nein, eigentlich nicht, das wusste ich jetzt nicht! Aber diese Zonglins werden die jetzt sowas gut ausnehmen! Oh nein, Simlaki, ich hab richtig Angst! Was sind das denn für Schweine? Oh nein, was mach ich jetzt? Wow! Okay, die sind ja super, super stark! Egal, ich werd's schaffen! Kommt her, Mann! Simlaki, übertreib sich komplett! Du spawnst ja nur noch mehr! Ja, Ucri, das ist das zweite Level! Das wird schon richtig schwierig! Ah! Wirst du ja einen Ok-Apfel benutzen oder einen Gold-Apfel mal nicht? Nein, ich renn einfach weg! Tschüss! Ich hab ja doch den Wassereimer! Hey, Ucri, das ist nicht erlaubt! Geh wieder runter! Wow, übertreib sich! Ich muss den Gold-Apfel essen! Ich bin gleich erledigt! Oh nein! Okay, kommt her! Kommt her, ihr Schweine! Jetzt hab ich euch gleich! Oh nein! Okay, schnell wieder hoch! Ey, ist das denn ernst, du hast mein Wasser weggemacht? Warum schummest du? Ja, ich hab dein Wasser weggenommen, das war so nicht vorgesehen! Naja, jetzt seh zu, wie du gegen diese vier Hoglins noch ankämpfst! Zwei sind noch da hinten, Ucri! Egal, ich schaff das! Ich hab grad wieder zwei besiegt! Und jetzt kommt her, Mann! Oh nein, die machen so viel Schaden! Die sind ja richtig stark! Was ist bitte sehr dann im letzten Level? Oh nein! Willst du dann noch sehen? Vielleicht ein One? Vielleicht ein Enderdrache? Ich weiß es nicht! Naja, ich will's ja auch nicht sagen! Haha! Okay, alles klar! Ich hab alle besiegt! Ich sag doch, ich bin ein PvP-Profi! Let's go! Wie, du hast alle besiegt? Hm, damit hätte ich nicht gerechnet! Naja, war wohl ein bisschen zu einfach, das Level! Deswegen wird jetzt das dritte kommen! Wie, jetzt übertreib's aber bitte nicht komplett! Also, Ucri, weiter geht's! Und let's go! Wie, warte, ich muss nur noch regenerieren! Okay, warte mal, was ist das denn? Wow, ein Villager, ein Villager, ein Schweine-Villager! Ich hab keine Ahnung, was das ist, Freunde! Wow, wie stark ist der? Ich muss ja richtig aufpassen! Okay, der ist noch viel stärker als die Schweine! Semlaki, was sollte das? Das ist ein Ranger, Ucri! Und das ist eigentlich nicht der einzige! Brauchst du vielleicht ein bisschen Unterstützung? Äh, Semlaki, wie? Das soll nicht der einzige sein? Ich soll etwa gegen zwei kämpfen? Auf keinen Fall, die sind viel zu stark! Wie, auf keinen Fall! Und da ist der zweite, Ucri! Semlaki, das schaff ich nicht! Ich brauch unbedingt etwas, um die zu erledigen! Ähm, naja, ich geb dem einfach mal einen nächsten Goldapfel! Ich glaub, den hast du nötig! Ja, dann hab ich sowas von nötig! Oh nein, Hilfe! Oh, ich hatte gerade ein halbes Herz, Emlaki! Was soll denn das? Ich hab keine Chance gegen diese Monster! Dann geb ich dir noch einen Goldapfel, Ucri! Und hier noch einen! Aber das war's jetzt auch mit dem Goldapfel! Oh, du hast einen erledigt! Ich hab einen erledigt, weil ich der Beste bin! Komm her! Ucri, ich glaub, du wirst es nicht schaffen! Äh, naja, irgendwie... Ey, ich streng dich an, Junge! Ja, let's go! Ich bin fertig und ich hab dein Laborin bestanden! Nein, lass du nicht, Ucri! Du hast mein Level nicht bestanden! Komm, jetzt kommt das finale Level! Das war's doch nicht! Warte mal, warte! Ey, ey, hör auf! Ich hab's bestanden! Nein, das kann nicht sein! Wow, Semlaki! Oh Mann, Semlaki! Ich muss sagen, dein Level war gar nicht mal so schlecht! Aber am Schluss war das richtig, richtig unfair! Meinst du, Ucri, ich fand mein Level eigentlich besser als deins? Naja, ich weiß noch gar nicht, wie das aussieht! Schreibt mal eins in die Kommentare, wenn ihr meins besser fandet! Und ne 2 in die Kommentare, wenn ihr Ucris besser fandet! Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare, welches Level ihr besser fandet! Eins oder zwei? Aber, Semlaki, du wirst jetzt selber sehen, dass mein Level besser ist! Komm mit! Also, Semlaki, du musst den Eingang finden in mein Labyrinth! Und das wird richtig, richtig schwer! Ucri, ist das dein Ernst? Ich weiß doch offensichtlich, wo der Eingang ist! Ich mein, hier ist ein Bild, einfach auf einer ganz leeren Diamond-Band! Und ich soll nicht wissen, dass ich hier rein muss! Ähm, warte mal was? Du weißt wirklich, dass du durch das Bild gehen musst? Ja klar, Ucri, das weiß jeder Anfänger, du Noob! Okay, wenn du doch so gut bist, dann geh doch einfach rein! Aber bevor du reingehst, warte mal kurz, Semlaki! Ich muss dich kurz in den Survival-Modus setzen! Oh nein, nicht in den Survival-Modus! Ich dachte, ich kann die ganze Zeit im Kreativ-Modus bleiben! Naja, das Leben ist hart! Ja, dann wär's doch unfair! Du hast mich auch in den Survival-Modus gesetzt! Also, Semlaki, dann versuch's doch einfach mal! Gut, ich geh jetzt hier rein, Ucri, und let's go! Ah! Ah! Tja, Semlaki, war wohl doch nicht der richtige Eingang! Wo bist du denn hingeflogen? Hast du etwa kurz Ferien gemacht, oder was sollte das werden? Ucri, du hast mich richtig veräppelt! Naja, ich hätt's mir denken müssen! Okay, jetzt weiß ich aber den richtigen Weg! Und zack, perfekt! Ich hab's geschafft! Äh, aber Semlaki, schau doch mal nach vorne! Äh, wie? Äh, warte mal, hier ist bestimmt irgendwo ein versteckter Knopf! Das kann doch nicht sein! Hier ist eine Sackkasse, oder? Tja, du dachtest wohl sicher, dass das der richtige Weg ist, aber nein, das war der falsche Weg! Haha! Äh, aber warte mal da vorne, seh ich doch was! Das ist bestimmt der richtige Weg! Okay, was steht hier? Also, Semlaki, schau's dir an! Um hereinzukommen, musst du diese Matheaufgabe hier lösen! 143 plus 169 sind gleich Fragezeichen? Hm, lass mich kurz mit meinem Big Brain überlegen! Wenn wir 43 plus 169 addieren, sollten wir auf jeden Fall auf eine Zahl kommen, die sich über 200 befindet! Aber das kann alles nicht so einfach sein! Du willst mir bestimmt eine Falle stellen! Deswegen würde ich sagen, ziehen wir als erstes mal die Wurzel aus dem dritten und vierten Quadranten! Danach müssen wir noch die Periode von 169 ermitteln! Und weil das noch nicht genug ist, sagt mir der Pythagoras der 7.800. Formel, dass wir bei einer Multiplikation von 1 und 212 und 43 auf das Ergebnis kommen 1! Auf das Ergebnis 1 kommst du, Blucky? Was redest du da? Natürlich nicht! Äh, natürlich doch! Probier's einfach mal aus! Hm, ich sagte doch, ich bin der Mathe-Profi, Ugri! Gegen mich hast du einfach keine Chance! Also 1, 2, 3 und let's go! Ich wusste, dass es richtig ist! Äh, warte mal, warum hat sich da nichts geöffnet, Ugri? Ich weiß gar nicht, wie ich dir das erklären soll! Ich glaub, dein Gehirn ist zu klein dafür! Egal, ich drück einfach den richtigen Knopf und jetzt rein mit dir! Hm, es war 212! Wie kann das nur sein? Darauf wär ich niemals gekommen! Lasst mal einen Like nach, wenn ihr draufgekommen wärt! Ich bin mir sicher, dass alle draufgekommen wären! Und jetzt, Semlucky, viel Spaß bei diesem Laborel! Ah, ha, ha! Let's go! Ein Laborel! Ich werd das sofort lösen! Und hier geht's auf jeden Fall richtig... Ah, nee, hier geht's leider nicht lang! Wir gehen hier nochmal raus! Ne Sackkasse, alles nur Sackkassen! Egal, ich werd mir jeden Weg merken und dann den richtigen erschlüsseln! Ha, ha! Ähm, ja, versucht das mal, Semlucky! Und solange werd ich mich einfach mal hier oben hinbegeben und einfach mal zuschauen! Also, Freunde, ich bin mal ganz leise kurz! Wenn Semlucky bloß wüsste, dass er nur diesen Knopf dort vorne drücken muss, um die Tür zu öffnen! Aber das weiß er nicht, denn er wird niemals drauf kommen! Oh, Mann, Uri, hier sieht alles so gleich aus! Ich weiß nicht mehr, wo mir der Anfang war! Oh, Mann, wo bin ich hier nur? Das kann doch alles nicht wahr sein! Okay, ich geh hier nochmal lang, zack, zack, zack! Wann find ich endlich das Ziel? Okay, Semlucky, du hast recht! Wenn ich hier drin bin, kommt mir auch alles so verwirrend vor! Aber hier gibt es auf jeden Fall ein Ziel! Deswegen musst du es einfach nur finden! Hm, lass mich überlegen! Warte mal, was befindet sich da genau neben dir? Äh, du meinst, äh, das? Da ist absolut gar nichts! Was meinst du? Uri, ich seh genau, dass dort ein Knopf ist! Und den drücken wir mal! Hä, Mann, geh da weg, Junge! Da ist gar kein Knopf! Was redest du? Ich seh's doch! Oh, ich hab ihn gedrückt! Oh, da hat sich was geöffnet! Uri, haha, ich hab die Laser! Und, let's, warte, und let's go! Oh, Mann, du hast es wirklich herausgefunden! Dort vorne hat sich gerade eine Tür geöffnet! Und jetzt, Semlucky, kannst du den Untergrundtunnel nehmen! Den Untergrundtunnel? Oh, es geht runter! So wie bei mir ähnlich, aber meins war besser! Und jetzt geht's hoch! Ja, genau, jetzt geht's ins nächste Level! Let's go! Und hier erwartet dich auch ein Lava-Parcours! Ein riesen Lava-Parcours! Wow, der ist echt riesig! Aber bestimmt nicht so schwierig wie mein Lava-Level! Also, ich speedrun hier einfach mal! Du hast... Haha, ich dachte, du speedrunst da durch! Und du hast schon beim zweiten Sprung verloren! Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich hab's richtig schwer gemacht! Denn ich weiß ganz genau, dass du eigentlich richtig gut bist in Jumpin' Runs! Oh, Mann, Uri, alles nur ein Vorführeffekt! Okay, ich versuch's nochmal! Und zack, let's go! Diesmal hab ich's geschafft! Also, Semlucky, weiter geht's! Okay, Uri, der Jump wird bestimmt auch richtig schwierig! Aber ich schaffe es trotzdem! Ich bin einfach der Beste! Und jetzt ein Leiter-Jump! Let's go! Wow, okay, nicht schlecht! Ich muss ehrlich sagen, du erstaunt mich immer wieder aufs Neue! In Jumpin' Runs bist du echt nicht schlecht! Okay, jetzt haben wir hier Glas! Junge, warum machst du's mir so schwierig? Das ist ja voll unfair! Eins, zwei und drei! Ich hab's geschafft! Okay, weiter geht's! Jetzt musst du eine Menge davon machen! Oh, Mann, die sind so schwierig! Okay, ich hab so Angst, dass ich daneben springe! Aber ich werd's schaffen! Und zack, let's go! Ich bin einfach der Beste! Let's go! Oh, das kann nicht wahr sein! Dein Ernst schon wieder verloren! Okay, Simlaki, das war's wohl mit dir! Okay, weißt du was? Jetzt werd's dir aber schaffen! Und let's go! Let's go, let's go! Ich werd mich jetzt komplett abstrengen! Speedrun! Nicht schlecht, Simlaki! Du hast es wirklich geschafft! Und jetzt geht's ins nächste Level! Beachte einfach nicht das, was dort vorne ist! Hm, okay! Ich kenn doch diese Level! Das machst du jedes Mal! Dort vorne ist ein Slide-Block und die anderen Blöcke sind alles nur Glasblöcke! Grüne Glasblöcke! Du willst mich veräppeln! Oh, Mann! Ja, okay, du hast recht! Dann versuch's einfach mal! Okay, let's go! Da werd ich sowieso nicht drauf! Ah! Seid! Ah! Damit hast du wohl nicht gerechnet, Simlaki! Ja, damit hab ich wirklich nicht gerechnet! Ziemlich unfair, Uki! Aber ich bin ja nicht drauf gegangen! Okay! Hierbei musst du dich entscheiden für den Redstone-Gang oder für den Emerald-Gang und das liegt einfach ganz alleine bei dir, die Entscheidung! Äh, natürlich entscheide ich mich für den Redstone-Gang! Rot ist viel besser als grün! Und let's go! Let's go, Simlaki! Sehr gut gemacht! Haha! Oh, das tut mir leid! Du bist jetzt schon so oft nach unten gefallen aus der Welt heraus! Das tut mir ja wirklich leid! Nein, eigentlich nicht! Aber komm mal jetzt her! Jetzt geht's in den nächsten Gang! Ey, Uki! Deine Level sind echt komisch! Ich hab immer eine 50% Chance, dass ich das Ganze schaff! Das ist alles nur glänzend! Nein, natürlich nicht! Emerald-Blöcke sind ja viel besser als Redstone-Blöcke! Meinungssache! Also, ich geh jetzt in diesen Weg und der scheint richtig zu sein! Ja, der Gang ist der richtige gewesen! Und jetzt bist du am nächsten Level, Simlaki! Oh, ich seh's wirklich! Das nächste Level! Äh, was muss ich hier machen? Oh, da ist ne Kiste! Und ein Bogen und Pfeile drin! Okay, Uki! Ich mach das! Ich hab das beste Aim! Deswegen wird's natürlich auch nicht schwierig! Und zack! Oh! Äh, Simlaki, ist das dein Ernst? Also, das war jetzt nicht wirklich das Beste Aim! Versuch's mal lieber noch einmal! Ich hab auch 63 Pfeile! Also, ich kann genügend oft daneben schießen! Und let's go! Easy peasy, lemon squeezy! Zack! Und hier treff ich auch uns! Einmal voll spannend! Und let's go! Ich hab's geschafft! Okay, perfekt! Du musst das Ganze aber nochmal machen, weil du bist zu spät in die Tür reingegangen! Haha! Okay, nochmal! Also, ich schieß das hier ab! Zack! Perfekt! Ich glaub, das war die Mitte hier auch! Und jetzt nur noch die letzte Zielscheibe! Let's go! Und jetzt hier du! Let's go! Er hat's geschafft! Also, du bist im nächsten Level! Das bauen wir hier mal wieder zu, weil du kannst nicht mehr zurück! Hä, okay, Freunde! Er hat's geschafft! Also, du bist im nächsten Level! Das bauen wir hier mal wieder zu, weil du kannst nicht mehr zurück! Okay! Jetzt geht's ab ins nächste Level! Ein Trampolin! Ja, ein Trampolin! Boah, wusstest du, dass das ein Trampolin ist? Das weiß doch jeder! Und zwar springe ich jetzt auf die Druckplatte und kann somit nach oben! Let's go! Okay, aber das war nur der Anfang vom Hindernis! Okay, ich schau mal in die Kiste! Hier ist ein Boot! Oh nein! Ich weiß, was du vorhast! Du willst jetzt nicht etwas, dass ich mit dem Boot hier rüberfahre! Doch, Simlaki! Und du weißt ganz genau, das wird super, super schwer! Okay, ich würde sagen, ich versuch's einfach mal! Und zack! Perfekt! Ich bin drüben! Und... Nein! Dein Ernst? Was hast du davon? Und du wolltest gerade etwa einfach schummeln? Du musst das Ganze natürlich schon von Anfang bis zum Ende machen! Ach man, okay, ja! Das war wohl mein Karma! Okay, ich gehe jetzt ins Boot und muss eine Kurve nach links nehmen! What? Oh man, das ist sowas von schnell, das Boot auf dem Eis! Deswegen muss man richtig aufpassen! Nicht, dass man zu viel nach vorne oder nach rechts oder nach links geht! Ja, okay, das ist echt fies! Ich muss mich jetzt sowas von anstrengen! Oh nein, 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 nein! Nein, Simlaki! Okay, das kann ein Weitchen dauern, bis du es endlich bis zum Schluss geschafft hast! Okay, let's go, okay! Schon wieder diese Kurve, die wird richtig schwer! Was mache ich hier? Und let's go! Ich habe es geschafft! Okay, jetzt hattest du aber ein wenig Glück! Aber beim nächsten Mal wirst du nicht mehr so viel Glück haben! Hier kommt die nächste Kurve über dem Lavasee! Mal schauen, ob du nicht in die Lava fällst, Simlaki! Ich darf bloß nicht zu viel Gas geben, sonst falle ich hier runter und let's go! Ich habe es geschafft! Ja, let's go! Endlich hast du es geschafft, das hat echt lange gedauert! Okay, Simlaki, und jetzt hier, beim vorletzten Level, musst du ein Unterwasser-Labyrinth bestehen! Okay, ich werde es versuchen, aber warte mal, ich kriege da unten noch gar keine Luft! Ähm, ja, du hast recht, ich bin gerade dabei, eine Unterwasser-Atmung dir zu schenken! Oh, äh, danke, Uri! Das habe ich auf jeden Fall gebraucht! Okay, ich gehe jetzt hier runter und... Wow, äh, nein, das kann doch nicht wahr sein! Und ich sehe einfach gar nichts, okay? Ich versuche hier irgendwie durchzukommen! Ja, Simlaki, das kann ein Weilchen dauern! Also wirklich, dieses Laborit ist sowas von schwer! Ich gehe mal hoch und schaue mir das Ganze von oben an! Oh, Mann, nein, das kann doch nicht so wahr sein! Sackhasse! Und, äh, warte mal, wie sieht das überhaupt aus? Warum schwimme ich so komisch? Haha, ich weiß auch nicht, Simlaki, du hast nie schwimmen gelernt! Deshalb wahrscheinlich! Und Bodenschliffel-Attacke! Damit werde ich den richtigen Weg finden! Mal gucken, wo es lang geht! Ähm, hier lang, hier lang, hier lang! Ach, das ist so schwierig, Uri! Ja, das ist schwierig! Aber du wirst es wahrscheinlich auch nicht schaffen, bis dort ganz nach hinten zu kommen! Obwohl, ich muss dir ehrlich sagen, du bist gar nicht mal so auf einem falschen Weg! Okay, ich muss bestimmt hier lang, Uri! Ja, ich habe das Ziel! Oh, Mann, das ist auch nur eine Sackhasse! Oh, Mann, Simlaki, das tut mir leid! Du kannst die ganzen Wege überhaupt nicht sehen! Ja, Uri, das stimmt! Ich kann gar nichts sehen! Ich sehe nur ganz, ganz bisschen genau das, was vor mir ist! Das ist so, als ob ich gar keinen Platz hätte! Das ist voll gruselig! Okay, wo geht es jetzt lang? Hm, vielleicht ja hier lang! Komm schon! Ähm, nein, das war eine Sackhasse wieder! Ja, Uri, du hast recht, das war wirklich eine Sackhasse! Mal schauen, hier sieht doch alles so gleich aus! Ich habe gar keine Orientierung mehr! Vielleicht ja hier lang! Hm, hier war ich bestimmt noch nicht! Und ja, ich habe das Ziel wahrscheinlich gewonnen! Wow, ja, du hast es wirklich geschafft! Du bist endlich im Ziel, Simlaki! Und jetzt geht es ab ins nächste Level! Und das ist das finale Level! Komm einfach mal hier hoch! Aber jetzt schau es dir an! Wow! Das ist das OP-Finale Level! Und das wirst du niemals schaffen! Oh, ich weiß, wie ich das dann mache! Ich muss einfach richtig schnell sein! Und du weißt ganz genau, ich habe ganz flinke Füße! Also, eins, zwei, drei... Warte, eine Sekunde! Simlaki, schau mal, wenn du drunter fällst, was passiert! Du fällst richtig, richtig tief! Du siehst nicht mal den Boden! Haha! Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein, Uri! Das habe ich mir auch schon gedacht! Genau dasselbe wie in meinem Level, nur viel schwieriger! Okay, ich nehme Anlauf! Eins, zwei, drei... Und jetzt geht es rüber! Oh nein, ich muss hier schnell rüber! Oh nein, da fällt ja alles runter! Ja, alles unter deinem Boden fällt runter! Und du auch! Oh nein, der arme Simlaki! Ich habe sogar gesehen, wie tief du gefallen bist! Also, das ist wirklich gruselig! Und da! Okay, dein zweiter Versuch, Simlaki! Und du hast es schon wieder nicht geschafft! Dein Ernst, warum bist du so schlecht, Simlaki? Haha! Ey, das ist ultra schwierig, Uri! Das kann man nicht so einfach schaffen! Egal, ich muss doch mal meine ganze Power geben! Okay, letzter Versuch! Let's go! Okay, das ist dein dritter Versuch! Oh, mal schauen, ob du es diesmal schaffst! Und Simlaki, komm schon! Let's go! Ich habe es geschafft! Ich bin einfach der Beste! Uri, du hast keine Chance dagegen mich! Darauf erstmal nochmal hier langjumpfen! Bam! Wow, wie hast du das geschafft? Ey, nicht schlecht, Simlaki! Ehrlich gesagt! Hier oben ist das Ziel, Simlaki! Und dann kannst du mit dieser Elytra, die dort drin ist, und mit der Feuerwerksrakete nach unten fliegen und das Redstone hier abbauen! Extra ein Geschenk für dich! Danke, Uri! Uri, das ist sehr lieb von dir! Ehrlich! Okay, Simlaki, du musst einfach die Elytra anziehen und jetzt damit da runterspringen! Ja, Uri, du bist so nett! Du gibst mir immer wieder eine Überraschung am Ende! So lieb von dir! Okay, die Elytra aktivieren und runter! Da, warte mal, warum hat's nicht geklappt? Tja, Simlaki, die Elytra war kaputt! Okay, Freunde, das war's mit dem Video! Und falls es euch gefallen hat, dann lasst jetzt ein Like da! Ich fand mein Laborin viel besser als dein Laborin, Simlaki! Ja, Uri, das denkst nur du! Ich fand meins besser! Und... Und... Mlg! Äh, schaffst du es? Und? Okay, vergesst nicht ein Abo und Like da zu lassen! Und jetzt schaut unbedingt das nächste Video, was hier auf euch zukommt! Klick drauf, klick drauf, klick drauf! Tschüss!